So, da sind wir und guten Abend an alle Zuschauenden, guten Abend an Auke und euer guten Abend an Thor. Genau. Wunderschön. Wunderschön sage ich schon. Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Egal von wo aus ihr, auf welchem Kanal ihr zuguckt. Oder nachher, falls ihr es hinterher hört, nur hört und nicht guckt. Genau, wie wir vielleicht sehen, oh, wir sehen nichts. Wieso ist der Chat nicht da? Der kommt sicher noch gleich. Ich habe den Chat kaputt gemacht. Es gibt heute diese wunderschöne Feueranimation. Ja. Naja, ist schon so richtig warm hier, muss ich sagen. Endlich. Ich habe den Chat hier noch falsch drin. Egal. Wir sind technisch ein bisschen aufmunitioniert. Wir haben jetzt den Chat von allen Kanälen. Und wir sind auf allen Kanälen. Das ist total Wahnsinn. Technisch Wahnsinn. Das ist unglaublich. Da steckt ganz viel dahinter. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber wir haben es geschafft. Hier mit Michas Hilfe. Endlich überall, wo ihr uns schauen wollt, könnt ihr uns zusehen. Ist doch mega, oder? Genau. Plus dann später überall, wo es Podcasts gibt. Plus eben YouTube. Absolut. Jo, wie geht's euch? Osterwochenende gut überstanden, würde ich sagen. und wieder weg hier im Business, kann man nicht sagen. Aber man ist beschäftigt. Man ist beschäftigt. Bei euch? Da passt der Feuerhintergrund ziemlich gut. So sieht's auch irgendwo anders aus. dass unser privates Osterfeuer ein bisschen verzögert. Endlich warm. Das stimmt. Das stimmt. Schon alleine vom Zugucken wird einem warm. Das wäre eigentlich ideal für die kältere Jahreszeit. Aber wir haben ja heute ein bisschen was vor. Erstmal wollten wir uns so ein bisschen allgemein über Firewalls unterhalten und über Intrusion Detection und sowas alles. Und im Anschluss daran gibt es ja auch noch was Feines, nämlich Genau, dann übernehme ich nämlich 1 zu 1 gleich live das Ganze mit meinem Technik-Stream und dann gucken wir uns OpenSnitch an. Das ist eine Application Firewall für Linux. Vielleicht wenn es der eine oder andere noch kennt, so aus den Anfängen hier mit so einem Alarm und so einer Späße. Mal gucken, ob das was ist oder ob man das nicht braucht. Man weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Das gibt es dann quasi nahtlos im Anschluss. Genau, und das gibt es nahtlos im Anschluss, aber bloß bei dir auf deinem Twitch-Kanal, oder? Genau. Genau. Hier auf Twitch, wenn da die Twitch-Leute schon dabei sind oder eben bei YouTube bin ich auch gerade live und bei YouTube sind wir auch gerade bei Auker. Genau. Hoffentlich der Weisheit letzter Schluss. Abonnieren, falls ihr noch nicht habt und überhaupt. Ja, genau. Genau. Abonniert die Glocke und bimmelt das Abo oder irgendwie so. Genau, so wird es gemacht. Und ansonsten sind wir, oh Gott, das ist total verbunden, bei auf der Linux-Geiz-Live-Seite. Genau, genau. Ja, dort sind wir ganze drei Zuschauer. Das ist schon unglaublich. Aber einen wunderschönen Abend auch dorthin. Und es kommt die Frage, womit die Feueranimation erstellt wurde. Gar nicht. Die ist einfach von Pixabay. Das ist, da kriegt man alles relativ lizenzfrei her. Einfach nur von dort. Wenn man spontan was braucht, ist Pixabay immer ein sehr guter ähm, Ansatzpunkt. Absolut. Da kam quasi über Onka, also über die Live-Seite das rein, die Frage. Das sehe ich nämlich nicht im Multi-Chat. Macht ja nichts. Ist ja egal. Es scheint noch nicht zu funktionieren. Ja. Wir brauchen ja noch Steigerungsmöglichkeiten bis zum nächsten Mal. Kommt scheinbar nicht durch die Firewall. Durch die Firewall, das ist ja ein super, eine super Überleitung zum Thema, ne? Die sind so brutal, ich weiß. Ja. Gut. Firewalls. Wir hatten schon mal, hatten wir schon mal den Firewall, ne, wir hatten die Serie. Wir hatten ja die Server-Absicherungsserie, da haben wir so ein bisschen die Firewalls erklärt. und eigentlich wäre es auch mal so interessant, Firewall, ja, nein, vielleicht, wieso, weshalb, warum, und brauche man es überhaupt heutzutage? Das kommt immer drauf an, ne? Ja, klar, kommt es immer drauf an. Das dachte ich mir, vielleicht ist das interessant. Aber sowas von, wir können ja mal die ganze Fälle durchgehen vielleicht, ne? Also, wo man Firewalls einsetzen kann, ne? Einmal, ich würde mal sagen, lassen wir uns doch mit dem Thema starten, was uns alle auf jeden Fall betrifft, auch wahrscheinlich alle Zuhörer, und zwar auf dem eigenen Rechner, ne? Ob man da eine Firewall braucht, wie man die vielleicht auch einstellen sollte, ne? Ja, kurze Frage an euch, habt ihr die Firewall gerade aktiv? Ich schaue mal gerade bei mir nach, ob ich sie gerade aktiv habe. Also, bei dem Dings, wo ich gerade vorsitze, da habe ich jetzt keine Firewall drauf. Das ist aber auch ein relativ spezielles System, wo eigentlich immer bloß das draufläuft, was ich gerade brauche. Also, von daher ist die Angriffsfläche relativ gering. Bei Server-Systemen oder anderen, da, klar, aber jetzt hier vor diesem Desktop-System, ne, da jetzt nicht, aber da läuft eben auch nicht viel drauf. Das hättest wir gar nicht sagen müssen, hätte ich schon erzählen können, weil ich natürlich nicht auf deinen Rechner drauf gehackt habe, ne? Dadurch, dass du keinen Firewall hast und dann hacken, ne? Hashtag hacken, ja? Moment, ich ziehe mir das andere T-Shirt noch ein. Und der Hackenberg ist Hacken-Days-Eye. Hacken-Days-Eye. Ich habe immer, ach, ich habe den Klassiker gemacht, sorry. Ich habe wieder vergessen, die Alerts auszumachen, während wir podcasten. Na, ist doch super, hallo. Katsching. Katsching. Ich habe es zwar gehört, aber ich weiß nicht mehr. Passt ja, aber währenddessen ich kann ausschauen. Danke, machen wir dann später. Der gute alte GS-Paulo. Ne, ich habe tatsächlich meine Firewall an. Ich muss sagen, ich habe die aber auch bis vor ein paar Monaten nicht angehabt und dann hat so ein komischer Typ so eine Applikation entwickelt, die so eine Sicherheitsüberprüfung drin hat. und dann seitdem habe ich die angeschaltet, weil ich alles grün haben wollte. Es kann so einfach sein. Ich entwickle ja da so gerade eine Anwendung und ja, dafür habe ich die dann angeschaltet. Wie heißt denn diese Anwendung? Oh, Hauke, warum fragst du das denn? Weil ich einen Kriegs dafür kriege. Ja, genau, genau. Hoffe ich doch. Soll aber nicht darum gehen. Aber ja, jedenfalls habe ich sie sogar gerade an. Aber allem offen, worüber ich angegriffen werden kann. Also von daher, die beste Firewall hilft natürlich auch nicht, wenn sie offen ist wie ein Scheuntor. Das ist meine quasi. Ich habe SSH aktiviert, RDP und den Port 80. Das ist schon, da kann man schon ziemlich viel mitnehmen, wenn man möchte. Auch noch den unverschlüsselten Webport. Auch noch unverschlüsselt. Bei mir ist alles noch so ein bisschen von 1900 irgendwas, ne? 70, oder? Ja. Die ersten? Frühestens, nee, spätestens, weil die spätestens. HTTP, wann wurde das Protokoll als erstes spezifiziert und veröffentlicht? Gute Frage. Gute Frage? Nächste Frage. Eigentlich schreibt bestimmt gleich jemand, die... Was? 1991 erst. Echt? So spät? So spät. Das kam erst mit Linux. Hätte ich gar nicht gedacht, weil so die anderen Protokolle, die gibt es ja schon teilweise, also X, oder das X-Protokoll für die Anzeige, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten, ich glaube seit 81 oder sowas, oder sogar im 70er Bereich nochmal. Ja, aber HTTP gibt es erst seit 1991 groß, ne? Das ist schon stark. Stimmt allerdings. Hätte ich nicht gedacht. Jo. Bei mir ist es eigentlich ähnlich wie bei Hauke. Hier an der Maschine, wo ich gerade bin, ist die Fireball aus, dafür auf dem Server bei mir ist sie an. hat aber den Sinn, es ist wieder soweit, Hauke. Es ist soweit. Der Störenfried ist wieder da. Der hat schon wieder seine Zeit erwischt, man hat es hoffentlich nicht gehört. Nur Hauke weiß, von was ich rede, das ist auch gut so. Ich habe immer so einen verrückten Mopedfahrer, der immer irgendwie um die Zeit vorbeikommt und denkt, der müsste mal einen Gang runterschalten und aufreißen. Echt? Also ich habe es nicht gehört, also vielleicht hast du das Mikrofon jetzt anders eingestellt. Ja, Gott sei Dank. Wir haben ihn schon vermisst. Ja, nee, er fährt noch. Er fährt noch. Er fährt noch. Ah, schön. Ja, aber wenigstens geht das dir so, uns ging es mal während der Dienstag Livestreams, hatten wir mal eine Zeit lang immer eine Demo um die Zeit, die an meinem Haus vorbei ist, mit richtig, richtig schön laut. Immer um die gleiche Zeit, so irgendwie drei, vier Mal hintereinander. Das war auch sehr erfrischend für alle Beteiligten. Das haben die extra Spaß. Absolut. Ah, da wohnt doch dieser, so. Dieser YouTuber. Der YouTuber mit der Tuba. Der Tuba. Ja, ja. Waren, glaube ich, nur mehr Leute auf der Straße, als wir eigentlich Zuschauer haben, aber nicht ganz, aber. Kann man natürlich auch umdrehen. Du stellst nochmal richtig schön große Boxen da direkt ans Fenster und dann werden die mitbeschallt. Dann haben wir endlich mal mehr Zuschauer, ne? Ja. So macht man hier Social Media, ne? Ihr wusst wie. Also wenn Guerilla-Marketing dann aber auch richtig. Das muss so sein. Nee, ich hab die Firewall nicht an, weil ich hier relativ viel mit Potman-Containern unterwegs bin durch das Distro-Box. Und da ja Potman-Container nicht selbstständig die Firewall-Regeln setzen und ich das grundsätzlich immer vergesse, ähm, ja, ist es aus. Ja. Ich vertraue da noch meinem Router und dem Rest, was hier so rumsteht. In der Hoffnung, dass nie was schief geht. Und damit hast du eigentlich eine perfekte Überleitung geschafft, oder? Cardware-Firewall Richtung Router? Oder ähnliche? Hätte ich fast gesagt, oder? Gibt's gar nicht so viel krass zu sagen, oder? Zu Hardware-Firewalls. Es gibt verschiedene, also die meisten haben ja, eigentlich habt ihr ja alle in eurem Router eine Firewall integriert, ne? Ähm, die ist standardmäßig scharf geschaltet, da kommt in der Regel nichts durch, ne? Und, ähm, habt ihr Erfahrung mit anderen Hardware-Firewalls? Also, was mir noch so einfallen würde, wäre PFSense jetzt beispielsweise, nah oder sowas in die Richtung? Also, IP-Fire, PFSense, ähm, Stimmt, OpenSense. OpenSense, genau, plus eben noch die ganzen, ähm, na sag schon, wie heißt das, proprietären Produkte, also, eine Sophos zum Beispiel, wobei Sophos kannst du, glaube ich, auch virtualisieren inzwischen, aber es gibt ja auch wirklich, ähm, direkt Hardware, die da mal ausgeliefert wird. Da gibt's auch viele andere Hersteller. Ja. Das ist schon cool. Ja, und, äh, die Sachen, die frei sind, also, äh, hier OpenSense, IP-Fire und so weiter, kann man ja auf eigene Hardware installieren. Also, mehr oder weniger, letztendlich ist es ja ein normaler Rechner, auf dem es installiert wird. Es gibt auch Spezialsysteme, wo dann gleich mehr Netzwerksschnittstellen drin sind, als man so standardmäßig hat und sowas. Und da ist man denn relativ frei, auch von der Konfiguration her, und man ist nicht abhängig von irgendeinem Hersteller, dass der einem die Hardware verkauft und die Software dazu, und wenn der irgendwann keine Lust mehr hat, dieses Produkt noch zu pflegen und eigentlich eher neue Hardware verkaufen will, dann muss man neue Hardware kaufen, und bei diesen freien, äh, also bei der freien Software ist es halt nicht der Fall. also da ist es eher so, naja gut, vielleicht ist denn die Hardware zu klein geworden, dass man denn mehr Bandbreite haben möchte, oder vielleicht noch ein bisschen mehr filtern möchte, was mehr CPU-Leistung erforderlich macht, und so weiter. Also, ja, das sind nochmal so die Unterschiede dabei. Aber das ist ja nicht das, was man auf demselben Rechner installiert, wie hier UFW hatten wir doch, eins von den Videos, ne? Ja, Das war mein Part, ja. Das hattest du gemacht, genau. Ich hatte, ähm, IP-Tables, mir die Kommandozeile gemacht, und, ähm, dieses Open Snitch, was du nachher nochmal da zeigen wirst, in deinem Kanal, das, ähm, ist so ein bisschen Retro-mäßig, also, äh, von der Art her kenne ich das aus meinen, ähm, Anfangszeiten, wo ich glaube ich Windows 98 noch hatte, und das denn für, fürs Internet, ähm, ähm, also, ich weiß nicht mehr, wie diese Firewall hieß, aber jedes Programm, was denn raus telefonieren wollte, musste, äh, also ist dann erstmal auf die Firewall gelaufen, und dann muss ich erstmal sagen, darf das überhaupt nach draußen telefonieren, ja oder nein? Also, das ist nochmal eine andere Geschmacksrichtung, also einmal quasi diese, diese Firewalls, die man als Software auf demselben Server betreibt, dann die externe Firewall, und dann diese Application Firewall, vielleicht so grob in drei Kategorien, das mal einzuteilen. Mhm, so ein Name, da wurde es gerade geschrieben, das kenne ich noch, das, das ist, das schlägt so hart in die Kerbe von Open Snitch, vermutlich. Ja. Das ist genau, glaube ich, das, was du meintest. Das ist auch hornalt gewesen, also das, 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 ja, das wurde einfach mal mit installiert damals. Ich glaube, es gab noch, also es gab ja viele andere, aber, ich glaube auch Semantik selber hat auch was gemacht. Ich habe keine Ahnung. Joa, joa. Gut, ähm, FortiGate. Ja, aber so direkt mal Hardware-Firewalls und beziehungsweise Software-Firewalls mal im Einsatz gehabt, ihr beide? Irgendwo in welchen Projekten? Also in Projekten, ja, also OpenSense, ähm, habe ich auch virtualisiert beim hier mal, um so eine Umgebung nachzustellen, äh, verwendet. Ähm, aber dass ich jetzt einen richtigen eigenen Server hätte, der, wo, wo denn OpenSense oder irgendwas anderes draufläuft, das habe ich insofern nicht. Also ich habe da ein bisschen was so, wo IP-Tables-Regeln drauflaufen, aber nicht dieses, ähm, große System mit Web-Oberfläche, wo man ganz, ganz viel einstellen kann. Äh, da habe ich nicht, also ich habe nicht so wirklich den Bedarf dafür, also da, da habe ich zu wenig System hier gleichzeitig dran und überhaupt. von daher ist das bei mir deutlich simpler und da komme ich mit, ja, sagen wir mal, äh, zwei Händen voll IP-Tables-Regeln eigentlich hin und damit bin ich damit durch. Ähm, kann ich mich fast so anschließen tatsächlich. Also, ähm, ich finde, die Hardware-Firewalls sind manchmal ein ziemlich großer Overkill, ne, in der Regel, ähm, also ich, mir reicht eigentlich in der Regel das, äh, der Server selber, wo OFE beispielsweise draufläuft und wenn ich dann beispielsweise dann nochmal, ähm, ein paar mehr Systeme dahinter habe, dann mache ich das in der Regel einfach nur über einen ganz einfachen Reverse-Proxy. Der hat dann sowieso nur seine ganz wenigen Ports offen, im, äh, im besten Fall nur 4.4.3, äh, sozusagen, also für HTTPS und dann reicht das in der Regel eigentlich auch schon. Ähm, und, äh, dann kommt da der Rest auch nicht mehr durch. Aber, ähm, ich denke, für größere Netzwerke, ähm, kann das dann auch jedenfalls dann schon interessant sein, ne, hab ich aber persönlich auch nicht den Bedarf für. Ne, ich selber bin froh, wenn ich mit OFW gut umgehen kann, ne, IP-Tables. Ja, muss ich nochmal unser Video anschauen von vor, ja, fast zwei Jahren jetzt schon, glaube ich, eineinhalb Jahren, könnte es jetzt schon gut sein. Ja, eineinhalb müsste es sein. Eineinhalb ungefähr, ne, die Zeit vergeht unglaublich. Dann können wir fast hier einen Reboot machen, ne, 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 hat sich so viel verändert. Ähm, und, ähm, von daher reicht mir ja eigentlich das, was so das normale Linux mit sich bringt, ähm, weil ich glaube, solange du jetzt nicht kompletten Müll machst, hast du ganz andere Probleme, glaube ich, am Ende in der Sicherheit. Am Ende, ich finde die Aktualität deiner Anwendung ist am Ende, glaube ich, viel, viel wichtiger, als dass jetzt die Firewall-Regeln zu tausend Prozent korrekt sind. Und in der Regel kannst du da auch nicht viel falsch machen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach der falsche Ansprechpartner, wenn es dann in Richtung große Netzwerke geht. Ne, und da habe ich auch einfach dann zu wenig, ähm, mitgemacht bis jetzt. Wer weiß, vielleicht kommt es in der Zukunft. Wie sieht es sich irgendwie aus? Ich habe mal versucht, bei mir hier im heimischen Homelab eine IP Fire zu integrieren, auf dem Raspberry Pi ausgerollt. Da musste ich aber dann extra switch und alles und das ist dann so aufwendig gewesen für eigentlich nur mal so ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe es dann gelassen, weil ich hätte dann das komplette heimische Netzwerk hier komplett umstrukturieren müssen. Habe ich jetzt nicht so gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Nachvollziehbar. Ja, also dann doch lieber wirklich sinnige, ähm, Firewall-Richtlinien auf den Servern haben und dann passt das hoffentlich schon. Ja. Absolut. Also, ähm, was ja noch über das hinausgeht, was, was wir jetzt hier eigentlich grob gesprochen haben, da geht es darum, um einzelne Ports freizugeben. Also, dass man jetzt hier sagt, 4.4.3 für HTTPS, das, äh, das darf dann irgendwie durch. Andere Sachen werden dann vielleicht zugemacht. Aber es gibt ja auch Firewalls, die in die einzelnen Pakete reingucken, also in diese TCP-IP-Pakete. Äh, und wenn die auch noch verschlüsselt sind, dann wird dann, je nachdem, äh, auch versucht, diese Verschlüsselung denn aufzumachen, reinzugucken, ob da irgendwie gefährliche Sachen drin sind. Sowas gibt es ja auch noch. Äh, und, ähm, ja, das geht, ähm, denke ich mal, über das hinaus, was man so im Heimbereich hat. Aber bei einigen Firmen wird sowas durchaus eingesetzt. Also, da wird dann versucht, innerhalb von diesen Datenpaketen alles Mögliche zu erkennen, ob das jetzt noch, nun Viren, Trojan oder sonst irgendwas ist, oder auch ganz allgemeine Angriffsmuster, die, sich heuristisch erkennen lassen oder sonst wie, und dass es dann ab, äh, die, die Verbindung vielleicht sofort beendet wird oder sonst irgendwas, das, das gibt's auch noch mal. Ich weiß nicht, ist sowas in OpenSense auch drin? Oder in PFSense, IPFire? Ich weiß es nicht. War nie mal eine Baustelle. Bei IPFire ist es nicht drin. Ich weiß auch gar nicht, ob man es über die Addons installieren könnte. Sowas ähnliches. Bei den anderen beiden kann ich es dir nicht sagen. Hatte ich noch nicht wirklich am Wickel. Also Stichwort Deep Package Inspection, ne? Mhm. Ja. Ja, ist es, äh, bei IPFire oder was meint, bei OpenSense. Ja. Ach so, ah, okay. Die Macht des Chats. Ja, das ist super, ne? Das ist cool, ne? Ich muss mal ein Stichwort reinzuschmeißen und schon, ne? Ja, absolut. Ich hab den noch. Ich hab den noch. Ich hab den noch anders. Ja. Sparmentelligenz. Ja, genau. Absolut, absolut. Wollen wir vielleicht noch so ein paar in die Richtung Best Practices gehen, was man, was wir vielleicht empfehlen können den anderen, dass die vielleicht, äh, äh, vielleicht ein weniger, ähm, Pfeilen am Ende reinlaufen oder vielleicht, äh, ja, so ein bisschen abkürzen können. Worauf möchtest du genau hinaus? Also, beispielsweise, ähm, dass du, ähm, wie du das am besten konfigurierst, beziehungsweise was für Programme wir überhaupt nehmen, ne? Ob ihr das grafisch macht, im Terminal, IP-Tables, UFW, ähm, oder, ne? Je nachdem. Oder Firewall D, ähm, im anderen, im anderen Bereich, ne? Wie macht ihr das soweit? Wie verwaltet ihr eure Firewalls, wenn ihr die, die nutzt? Ja, so bei, bei mir ist es ja wirklich relativ einfach. Und wenn, ja, also, äh, diese IP-Tables-Regeln, die, äh, die setze ich einmal auf der Kommandozeile und dann gucke ich, ob es das tut, was ich will. Und wenn mich, äh, mich jetzt ganz blöd angestellt habe und mich dann, ähm, ausgeschlossen habe, ich verbinde mich ja normalerweise auf dem System per SSH, dann brauche ich bloß einmal Kost den Stecker zu ziehen und fahre das Ding neu hoch. Also, da muss ich nicht weit laufen. Ähm, das ist mir natürlich auch schon vorgekommen, dass ich, ähm, bei meinem, ich dichte das jetzt alles mal ab, da habe ich dann SSH auch mit dicht gemacht und dann kann ich nicht weiter administrieren. Da ist das jetzt kein Beinbruch. Wenn ich jetzt aber sowas auf einem entfernten Server mache, muss ich natürlich deutlich genauer einmal gucken, äh, wie das nun ist. Mir vielleicht vorher so eine Regel setzen, dass SSH auch sowieso freigeschaltet wird. Also, das, das habe ich, äh, auch explizit gemacht, dass mir das nicht passiert, denn zu dem Ding kann ich ja nicht einfach hinlaufen oder im Falle eines Falles müsste ich über die Oberfläche von dem, ähm, Hoster hingehen und das System da drüber neu starten. Was ich bei einem Anbieter... Die VNC-Konsole dann. Ja, bei einem Anbieter habe ich das aber auch leider nicht. Also, da muss ich extrem vorsichtig sein, da habe ich wirklich bloß SSH direkt auf die Maschine drauf und, ähm, ja. Also, seid vorsichtig dabei, dass ihr euch nicht ausschließt, ähm, überprüft sowas und wenn diese Regeln funktionieren, dieser Regelsatz, der ist ja bei EP-Tables sofort angewendet äh, und da ist im Moment aktiv nichts Schlimmes passiert, dann kann man den auch abspeichern, sodass er auch beim nächsten Hochfahren wieder eingelesen und aktiviert wird, aber wirklich ausprobieren und erst wenn das wirklich richtig läuft, dann speichern, genau, und ansonsten Reset und nochmal, natürlich nochmal genau gucken, was man gemacht hat. Du machst das immer über EP-Tables direkt, oder? Ja, also bei, bei dem bisschen, was ich jetzt so nun wirklich, äh, aktiv in Benutzung habe, ja, ähm, aber dieses Projekt, äh, wo, wo halt deutlich mehr war, da war es denn Open Sense und da kannst du sehr, sehr viel einstellen und, naja, man muss, man muss das auch wissen und einige von diesen Einstellungsmöglichkeiten in der Oberfläche, die sind nicht unbedingt selbsterklärend und teilweise ist es auch über mehrere Seiten verstreut, ohne, dass du jetzt so einen direkten Zusammenhang dabei findest und, äh, das ist wirklich eine relativ steile Lernkurve dabei, also, du kannst da relativ viel Mist machen, ohne, äh, dass du erstmal überhaupt weißt, woran es liegt. Also, es ist so überhaupt nicht selbsterklärend, also, ähm, mit den Fehlern, die ich dabei gemacht habe, würde ich einige Dialoge komplett anders aufbauen, weil Dinge, äh, also, eigentlich zusammengehören, nicht zusammengehörig darüber erreichbar sind. Aber, äh, das ist auch nichts, was man jetzt mal so nebenbei aus Spaß an der Freude macht. Sowas macht man in größeren Umgebungen, weil man wirklich eine Anwendung dafür hat und im Zweifelsfall, wenn man das in einer größeren Firma macht, sollte man auch hoffen, dass die ein bisschen Geld ausgibt für eine Schulung dafür, dass sowas denn von vornherein erstmal nicht passiert. Ja. sehr wahre Worte, absolut. Ja, Wie machst du das, Micha? Oder was, du wolltest vorhin noch was dazu sagen, oder? Ja, also, wenn, dann benutze ich UFW, weil ich's, ja, ist für mich die, äh, angenehmste Variante, weil die sich so eingeschlichen hat, sag ich mal, so von der Verwendung her. so große Projekte, dass ich, ähm, sowas anderes davor geschaltet brauchte, hatte ich so noch nicht, beziehungsweise bei manchen Hoster nimmt man dann halt die, was der Hoster einen, äh, bereitstellt. Ansonsten mach ich das wirklich hostbezogen. Vielleicht sollte man auch mal, äh, kurz noch sagen oder definieren, was so eine Firewall überhaupt, den Sinn einer Firewall, kurz definieren. Ich denk mal zwar, dass wir alle irgendwo, äh, Technik-Enthusiasten, oder, äh, Open-Source-Enthusiasten sind und das vermutlich wissen, aber im Grunde ist ja eine Firewall dazu da, um wirklich, äh, Gefahrenpotenzial einzudämmen, um Sachen nur nach draußen und nach drinnen zu lassen, die wirklich sein müssen und alles andere ist halt quasi dicht wie so eine Brandschutzwand, damit sich so ein Feuer oder so ein infiziertes Netz nicht ausbreitet oder infizierter Rechner, sagen wir es so. Und da ist halt wirklich, nur das muss raus oder das darf raus und rein, was, was muss und der Rest ist dann so, äh, ja. Bleibt drin, sozusagen, ne? Genau. Also, da würde ich ganz restriktiv sein, ne? Was nicht rein und raus muss, soll auch nicht draußen bleiben, ne? Also, ähm, lieber nochmal ein bisschen mehr Aufwand da reinstecken und dann eventuell nochmal eine, ich sag mal, eventuelle Sicherheitslücke, ähm, geschlossen, beziehungsweise einfach nicht mal aufgedeckt, ne? Ähm, man weiß ja nicht, wo überall Sicherheitslücken schlummern, ne? Das ist ja auch so die Sache, also man findet ja immer mal wieder, ähm, sehr krasse, ähm, würde ich sagen, Sicherheitslücken und von daher ist das schon wichtig, dass man da vielleicht wirklich die Minimalismus-Strategie in der Hinsicht vielleicht anwendet, ne? Genau. UfW ist, äh, das, äh, die Sache, womit man, ja, womit ich auch arbeite. Also, IP-Tables ist so eine Sache, weiß ich nicht, ne? Bin ich wahrscheinlich, ähm, habe ich bis jetzt noch nie gemacht und ihr kennt das Sprichwort ja, was der Bauer nicht kennt, ne? Ähm, ist wahrscheinlich auch super. Für mich, für mich taugt das, was ich da aktuell nutze und, ähm, ansonsten zum, ähm, ja, zum Bearbeiten, nämlich sogar auch nur ganz, ganz entspannt, GUFW, also das grafische, ähm, UfW, das ist die ganz normale Firewall-App auf Ubuntu und Linux Mint und so weiter, ähm, oder halt eben im Server auch nur UfW, ne? Reicht, ne? Soweit. Das hätte ich dich nämlich jetzt gefragt, was denn, was dein Lieblings davon oder deine Lieblings, ähm, Grafische. Administrationsmöglichkeit davon ist. Ja, ach so, ja, ja, aber eigentlich gehe ich über den Server, habe ich immer XRD oder RDP offen, ne? Das Remote Desktop-Protokoll, nur, dass ich dann GUFW verwenden kann, ne? Ganz klar, ne? Ne, ähm, und, äh, somit bin ich da eigentlich ziemlich gut, ähm, fahre ich ziemlich gut, dann brauchen wir nicht mehr. Ansonsten gibt es ja auch noch ganz viele verschiedene Web-Interfaces, beispielsweise Cockpit oder, ich weiß nicht, ob das PRP MyArtman auch kann, vielleicht auch, weiß ich gar nicht, kennt ihr vielleicht besser, ähm, aber gibt es ja noch viele verschiedene, ähm, Anwendungen, Web-Anwendungen, die dann auch vom Linux so laufen, wenn man möchte, ähm, die, wo man das dann auch einstellen kann, ne? Also, ich glaube, wir können eigentlich auch mal eine Sendung über Cockpit machen, beispielsweise, finde ich auch ein sehr unterschätztes Programm oder Web-Oberfläche, ähm, die ich leider auch selten, viel zu selten nutze, wo sie sehr, sehr, sehr praktisch ist an sehr, sehr vielen Stellen. Habe ich im Home-Lab im Einsatz, also, das macht schon, macht schon sehr viel her und hat auch sehr viele Möglichkeiten, auch per default schon. Ich glaube, das riecht nach dem nächsten Podcast-Thema, was wir hier schon rausgefunden haben. Ja, muss man mal gucken, das wird dann interessant. Administrationspanel, Sinn, Zweck, Unterschiede, Lebensberechtigung, ja, nein, vielleicht. Ja, genau, ja, einfach zum Ankreuzen, ne? Da von Bigfoot kommt noch was Gutes dazu, also, wie ich meinte, mit dem Ausschließen, er macht das so, dass er so einen Delayed Reboot setzt mit Sudo Shutdown minus R plus 15 Minuten, also, wenn er eine Feiervollregel gesetzt hat, die ihn ausschließt, dann läuft im Hintergrund noch so ein Reboot mit einem Countdown von 15 Minuten, oder? 15 Minuten? Oder sind das 15 Sekunden? Ich glaube, 15 Minuten. 15 Minuten. Und dann macht das Ding Reset und dann ist halt das wieder los. Also, das ist echt clever, ne? Da merkt man, der macht sowas häufiger als wir. Und hat sich natürlich dadurch noch nie ausgesperrt, warum er das macht, ne? Nein, Spaß. Ja. So was macht man höchstens zweimal, wenn man dann ganz weit fahren muss oder jemanden hinschicken muss, drückt doch mal auf den Knopf. Wenn Remote Hands-Servers dann teuer wird. So ein Quatsch. Ja, kann ganz schnell passieren. Okay, also macht er das mit einem Delayed Reboot. Na ja, klar. Clever, clever. Und erst dann, wenn alles passt, dann das Ding festkonfigurieren. Ja. Aber Läusel hat, äh, auf YouTube gerade auch noch, ähm, Fale to Bun mit ins Spiel gebracht. Stimmt. Ja. Das hatten wir auch in unserer Serie. Ja, war auch meinst. Hast du das gemacht? Ne, war meinst du hattest, ähm, SSH Guard. Ah, stimmt. Hatten wir so. Ja, genau. So, hatten wir es getrennt. Aber die Frage war erstmal, ähm, ob Fale to Bun nur mit installierter und aktivierter UFW funktioniert. Ähm, soweit ich das weiß, nein. Fale to Bun nimmt IP Tables oder NF Tables und setzt diese, äh, Regelsätze. Bei UFW kommt IP Tables mit oder NF Tables. NF Tables, glaube ich, aktuell. Darüber, äh, tut Fale to Bun quasi die Regelsätze machen oder die, die Aussperrungsregeln umsetzen, um es mal einzudeutschen. Aber das ist, finde ich, so die, die ideale Ergänzung. Also, Firewall ist für mich so eine Sache, gehört eigentlich zum guten Ton, dass man irgendwo eine gewisse Abschottung hat bei Produktiv und Testsystem und, und, und. Aber halt auch, ähm, das, was offen ist, noch irgendwo mitten im Intrusion Detection und Prevention System irgendwo noch zusätzlich absichern. Weil es nützt ja nichts, wenn der SSH-Port, äh, zwar erreichbar ist, aber da seit drei Tagen der Chinese schon mehrfach versucht, sich als Ruhe zu authentifizieren und irgendwann hat er draus, vielleicht. Oder irgendjemand anders. Brasilien ist auch relativ, ähm, oft jetzt in den Listen ganz oben an, an Angriffen. Frag ich mich, was in Brasilien zurzeit los ist. Die haben zurzeit, geht es bei denen auf den Wind dazu, die sind ja Südhalbbekugel. Haben sie wieder Zeit, die Leute. Keine Ahnung. Vielleicht, ja. Ja. Stark. deswegen, also Intrusion Detection und Prevention System dort in, in Addition zu dem Ganzen nehmen, das macht dann schon sehr viel Sinn, weil, was bringt's euch oder uns, wenn zwar das, was offen sein darf, offen ist, aber nicht weiter dann überwacht wird. Das ist dann so ein bisschen, der Gutglaube im Internet, den gibt's nicht. Also, muss man ganz klar so definieren. Oder so sagen. da muss man halt wirklich überwachen und auch wissen, was man tut. Das stimmt. Sowas von. Ja. Was wäre da so, was du nimmst? Nimmst du da Fail-to-Ban für? Oder? Ich nehm eigentlich meistens Fail-to-Ban, hab jetzt aber auch Crowdsec im Test. Das ist eigentlich nichts anderes als auch ein Intrusion Detection und Prevention System. nur eben ist da einiges schon vordefiniert drin von von der Community, die dann wirklich schon vordefinierte Regelsätze und Szenarien oder auch quasi ähm wie heißt das? Blocklisten pflegen für gewisse Server IPs, die einfach bekannt sind für, dass die Quatsch machen. Da ist Crowdsec relativ interessant und ist jetzt auch nicht wirklich schwierig zu installieren. Es gibt ein relativ okayiges Webinterface, wenn man das haben möchte. Kann man mal mitnehmen. Also ist nicht schwerer als Fail-to-Ban. Aber auch da muss man wissen, was man tut. Weil selbst selbst dem Besten passiert mal Quatsch, nämlich mir. Ich hab ja meinen Server umgezogen, weil ich dachte, dass die Telekom irgendwie das nicht hinkriegt mit ihrer Leitung. Warum ich per IPv4 nicht mehr an meinen Server komme? Da war aber leider nicht die Telekom schuld. Krass. Tut mir jetzt so ein bisschen leid für die Telekom. Die schmeißen zwar immer noch Pakete weg, das ist bei denen scheinbar der technische Standard. Da kommen nicht mehr 100% oder annähernd 100% an. Ähm, aber im Endeffekt war es wirklich das Fail-to-Ban von meiner Mail-Cow, die ich dort mit drauf hatte, mein Mail-Server. Und die ist so krass restriktiv, die tut erstmal alles auf IPv4-Ebene bannen. Deswegen hatte ich das Problem, dass ich da nicht mehr rangekommen bin per IPv4. Musste ich aber auch erstmal rauskriegen. Das ist stark. Ich hab zwar noch nicht rausgefunden, warum ich gebannt wurde, das ist dann so eine andere Such- und Find-Spiel, weil mit Wireshark und TCP-Dump, ich seh zwar, dass jede Minute sich jemand versucht zu authentifizieren, aber ich weiß aber nicht, wer und welche Anwendung und oder welcher Container, also da muss ich nochmal Zeit investieren, aber sorry Telekom, es lag nicht an euch, aber bringt trotzdem die Infrastruktur in Ordnung. Ich hätte gern wieder 100% Pakete, die ankommen. Wäre cool. Ja. Ja. Nicht ganz umsonst. Ich hab's nicht ganz umsonst von dir gemacht. Die Infrastruktur ist immer noch ein bisschen wackelig. Portknocking schreibt die noch jemand. Ein bisschen, ja. Portknocking ist auch so eine feine Sache. Ja. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären? Also mir würde da jetzt erstmal nichts dazu sagen. Portknocking ist eine Möglichkeit, also übersetzt heißt es ja Abklopfen von Ports, wenn du eine gewisse Port-Reihenfolge quasi per Bandit oder TCP Connection mal kurz aufbaust in einer gewissen Zeit, kannst du im Hintergrund auf dem Host damit das Öffnen eines Kanals oder eines Dienstes triggern, zum Beispiel SSHs per se zu oder ausgeschalten und wenn du quasi drei verschiedene Ports an anklopst, also an, ja, mal kurz die Verbindung aufbaust, weißt dein Host im Hintergrund, aha, in der Reihenfolge, wenn da jemand kommt, mache ich quasi SSH an, um es mal runterzudampfen aufs Nötigste. Das kannst du relativ flexibel fast mit allen Diensten sogar machen, wenn ich mich nicht über cool, okay, wie du hast gelernt, ne? Worüber konfigurierst du das? Oh, das ist Host immer, Host-technisch immer ein bisschen unterschiedlich, glaube auch über, ähm, sag schon, über die IP-Tables gibt es da, glaube ich, in der Regel. Okay. Aber vielleicht kann das der Bigfoot noch mal reinschreiben. da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, mit IP-Tables machst du quasi eine Knocking-Reihenfolge und dann macht die IP-Tables das auf. An Lock-D gibt es inzwischen, es gab auch mal eine Variante über IP-Tables, wenn die mir nicht über. Lock-D. Es gibt für alles ein D, so gefühlt inzwischen. Der DDoS-D, der ist besonders gut. Ja. Genau. Wäre auch noch mal ein Thema, also vielleicht nicht unbedingt, dass wir einfach mal so drüber reden, sondern wirklich, wo wir auch mal ein bisschen was drüber zeigen, wie man das wirklich machen kann. Also mit IP-Tables geht es irgendwie, habe ich gerade hier gefunden. Es gibt bestimmt wieder wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man das noch machen kann. IP-Tables war sogar relativ kompliziert. Vielleicht ist noch die sogar inzwischen die bedienbare Alternative. Ja. Also vielleicht wäre das ja mal was für deinen Technik-Stream, dass du denn sowas dann machst. Dann unterhalten wir uns vorher ganz kurz über Portnock. Obwohl so kurz ist es jetzt ja auch schon wieder nicht. Eigentlich wollten wir es ja kürzer halten und dann, naja, ein bisschen schwerfällig sind wir gestartet und jetzt sind wir immer noch bei. Genau. Kriegen wir doch noch hin, alles gut. Ja. Ja, aber Portnocking, was willst du da so viel drüber erzählen? Also ich denke mal, Portnocking, das Thema ist jetzt auserzählt. Es würde halt wirklich halt nur noch interessant, wie sieht es in der Praxis aus. Genau, ja, 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 genau. Dann sagen wir fünf Minuten, das ist total toll, müsst ihr mal ausprobieren, guckt euch das jetzt an. Ja, das, da lohnt sich aber fast die Podcast-Folge schneiden und hochladen nicht. Nee, das lohnt sich nicht, aber ist eine Sache. Ja, aber so in Gänze Firewall in Ergänzung mit Intrusion Prevention Detection gehört es jetzt eigentlich zum De-Facto-Standard, das wäre mal interessant. Ich würde sagen, ja, gerade auch für Kundenprojekte. Können wir mal gucken, was die Leute hier dazu schreiben, wie deren Meinung ist. Also für mich ist es, ja, gehört einfach zum De-Facto-IT-Standard in 2023. Können wir einfach so machen, schreibt in in den Chat, egal wo ihr jetzt gerade sagt, einfach mal eine Eins dafür, wenn ihr eine Firewall einsetzt oder eine Null, wenn nicht. Egal, ob das jetzt privat ist oder eine Firma oder so. Jetzt für Firewall oder mit Intrusion Detection? Wie wärs, wenn wir jetzt eine Bit-Folge machen? Also Firewall Ein-Aus, das ist Null oder Eins. In der ersten Stelle, genau. Genau, genau, das hätten wir dann an der ersten Stelle. Dann hätten wir jetzt das Nächste, das wäre dann zwei zum Aufaddieren, wenn ihr auch Intrusion Detection verwendet, also entweder Null dazu zählen oder zwei dazu zählen. Genau, dann habt ihr entweder Null, Eins, Zwo, Drei. Und mit der Zusatzzahl. Ja, genau. Genau, genau. Da wird es ein Z für Weiß nicht. Macht einfach das Z für vielleicht. Z für Weiß nicht. Und dann nimmt die Tilde. Wir nehmen das SPF-Dings. Entscheide selber. Tilde. Sehr stark, ja. Nee, also hier Intrusion Detection mache ich seltener. Immer mal wieder doch, aber seltener irgendwie. Vielleicht sollte ich das mehr zu meinem Standard dann mit integrieren. Firewall ist klar, aber Intrusion Detection, also für SSH ist es immer mit drauf. Fail to Bun installiert ist ein Befehl, aber beispielsweise dann für meine anderen Anwendungen ist das dann noch nicht so drin. Ja, nur installieren stützt sich doch nicht. musst du auch das Jail definieren. Ja, das stimmt schon, aber klar, aber sonst, ja, sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig. Also aktuell würde ich sagen, die meisten verwenden irgendeine Firewall und, was haben wir da noch? Und wenn es die im Router ist, also irgendwo ist immer eine Firewall aktiv, Gott sei Dank. musst du nur kennen und sich untertan machen. 0 0 1 1, oh Gott, das ist dann in Addition 2, wenn wir die Quersumme nehmen und das war dann welche Alternative? Die mit Portknocking. Ja. Quatsch. Stark. aber ich denke mal, de facto ist es so, Firewall ist, ist de facto Standard. Also, da braucht man, ich glaube, gar nicht mehr wirklich drüber diskutieren. Es ist halt nur wichtig, was gibt's? Wo ist die? Was macht die? Oh, passt schon. Und wofür ist sie da? Hm. Helme nützen, denn sie schützen, genauso Firewalls. Hm. Ja. Richtig, in der Tat. Das ist doch ein gutes, das ist doch ein gutes Wort. Hm. Jo. Jo, dann, äh, würde ich es jetzt auch nicht länger ziehen, als, als wir es brauchen. Jetzt wird's nur ein bisschen awkward, weil normalerweise haben wir uns noch abschließend kurz drüber unterhalten, wie es war, wie es ist, wie es tut. Jetzt können wir, ich kann ja jetzt nahtlos überschwenken, das ist das Verrückte durch die Technik. Und wir schwenken nahtlos raus. Ciao. Ja, genau. Wir schwenken nahtlos raus. Ich schmeiß bei mir auf jeden Fall noch mal den Link rein, wo es für euch jetzt weitergeht bei Twitch, wenn ihr mich ja noch weiterverfolgen wollt, wie er sich mit Open Snitch da auseinandersetzt. genau. Ansonsten habt einen schönen Abend, schöne Woche und überhaupt bis, ja, bis irgendwann, irgendwo. Bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben, Lebensgeals abonnieren, nicht der weißer letzter Schluss abonnieren. Absolut. Ich werde einen Follower send of the nada lassen auf Twitch. Ja, das sind die wichtigsten Sachen, die wir brauchen. Okay, okay. Ja, gut. Dann, absolut. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.